Hallo ihr Lieben, es ist der 24.12.2023 Heiligabend. Es ist soweit winterliche Grüße von mir. Ich wünsche euch, eurer Familie, euren Freunden und allen anderen ein wunderschönes Weihnachtsfest und anschließend angenehme Weihnachtsfeiertage. Heute wird kein Video von mir kommen. Dafür ist ab morgen eine große Tour durchs Winterdorf geplant, genauso wie das wir am Dienstag die Aufgaben bzw. die Quests bei Scott Buttergood bezüglich des Signetis fortführen werden. Und dann geht es eigentlich auch schon weiter mit dem nächsten Mittwochsupdate zum Silvester-Event. Das letzte Update für dieses Jahr. Und ja, dann würde ich sagen, lasst euch reich beschenken. Wir sehen uns morgen wieder. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.